Hallo und willkommen zu Zorx, wir müssen sterben 2 Willkommen zurück, was machst du denn? So, wo fangen wir denn an? Ich denke hier Ach, er ist da unten, ne? Nehmen wir die rechte Wand, die ist größer Naja, keine Ahnung, weil hier kannst du... Woanders hast du ja keine Decke Oder kannst du hier irgendwo ne Decke nutzen? Ach so, aber ich dachte halt, die brauch ich halt später Ich mein, die kosten auch 1000 oder so Naja, gut, dann wir machen die Killbox, wo du willst Gib mir Bescheid Ja, gut, direkt vorne an der Tür können wir nicht anfangen Es wäre zu risky Äh, warte, Feuer hattest du jetzt, gell? Oder sollte ich das mitnehmen? Ich hab das da Ah ja, ok, perfekt, reicht Du musst damit die Türen sichern sozusagen Ja, gut Weiß nicht, soll ich das jetzt schon platzieren? Einmal hier ne Reihe vor, oder? Ja Willst du ab hier anfangen mit den Wurzer Malmann? Am liebsten würde ich ja ganz vorne anfangen, aber Dann frühestens hier, würde ich sagen, aber näher nicht Ja Die Mauer bleibt da! Ist das schon schweig versetzen? Oder erst später? Äh, ja, mach soll ich schon mal zwei Stück Zwei, auch zwei Weil zwei reichen müsste, von der Breite her Naja, gut, wenn du reich bist, kannst du machen, was du willst Ich bin noch nicht reich, das kommt erst noch Ah, ja Welchen Schüsse, wenn du da hören hast Ich hab, ich hab jetzt keine Wand, aber Also von dir nimmst du eine Ja, ich mach das dann für die Rückwand, außer du machst dann später Elektro da hinten Mal schauen Ah ja, stimmt, wir gehen ja auch in die Wände Die Brützler! Ah ja, warte einen Moment, das da brauchen wir noch Jetzt bin ich eh pleite Dann, ne, machen wir das so erstmal Wollen wir eh auf der anderen Seite noch nicht Okay, scheiße, okay Pass auf, du wirst von oben gleich angekommen Naja, Fliene kommen ja auch, was haben wir denn gegen dir? Drogen schützen und meine Eis-Amulette Deswegen wollte ich eigentlich auch hier vorne keine Killbox machen, muss ich ganz ehrlich sagen Weil wir hier sonst nur geschockt werden Und ich kann Ja, aber wir kämpfen ja nicht unbedingt hier Zumindest nicht hier vorne, wir können ja auch hier hinten stehen Ja, und wir haben ja nur Granger mit dem Anschluss Ja, da kommt ganz schön viele Gaggarts So, ganz schön viel Geld Oh ja Mann, das Plünderer Ding ist echt Okay, kann das sein Kann sein Mein Plan ist perfekt aufgedacht Kann ich alles einsammeln oder brauchst du es? Ja Okay Sammeln für einen, du hast das teuerste Item Ein ganz besonderes Geschenk Wenn wir mal kurz nur auf die andere Seite kommen Oh shit, hast du recht Oh, grün war die falsche Farbe Ja, das ist ja schon quasi Ich weiß nicht, was ich hier anfangen soll Das kann man auch bis zur Tür vorne eigentlich machen, oder? Fang ein Feld Bevor die Decke kommt an Pass auf, sonst Wenn du sie ins Portal schubst, nimmst du sie direkt vom Spalt Hä, geht das echt? Nein Nicht, dass ich wüsste Das würde mich ein bissl wundern Mehr, bitte Mehr, mehr Ah, gute Idee Warum nicht Tschüss Das war lustig Okay Machen Samalma und ich mach die Wände Es ist soweit Ah, du meintest hier, oder? Ferne und Messer und wirbelnder Tod Ja Oh Pioniere, geh zu deiner Seite, nicht dass die explodieren Meine Seite? Ist das jetzt meine Seite? Hä, BDF? Falsche Seite Anderes Portal Muss zur Grüne Ja, die Barrikaden sind kaputt GANZ? Mh, nein Passt Mit anderen Worten, ich muss da mehr Schifel hinbauen Mit anderen Worten, ich muss da mehr Schifel hinbauen Ja Oder noch mehr Barrikaden Die laufen hier auf jeden Fall durch Eins der Meinung war, ist schon total... Es ist ja nur einer und der ist zerquetscht Zerklemmt meine ich Ich meine auch Wird's ja alles in viel Geld wert Oh ja, ich seh sie leuchten Jetzt leuchten sie leider nicht mehr und jetzt sind sie alle... Auf geht da Fängt und tötet Gut, dass jetzt hier gar nichts aus der Luft kam Gut, ich hab noch einen Gegner da, ich lass dir jetzt, bevor ich den töte, Zeit zum Bauern Brausam, aber langsam Aber wir sollten uns nicht zu viel Zeit lassen Ja, das hatte ich auch nicht vor Ja Oh, du bist hier, gut So Jetzt muss ich schnell wieder auf meine Seite Oh, die Dinger attacken dich Oh, auf meine Seite kommt gar nichts Okay, dann bleib ich hier Ach, die fliegen auch den Weg hier lang Ich dachte, die hätten da irgendwie ein Loch wo die direkt durchfliegen können Ah, das geht, ja Ah, das geht, ja Ich habe wieder gewonnen Genau Wo ist denn bitte der eine Überlebende? Das ist, glaube ich, einer von denen, der da liegt Beziehungsweise, glaube ich, so was dann wieder Also, soll ich bei dir jetzt noch mehr platzieren oder passt dazu, wie das ist? Das reicht, denke ich erstmal, ob ich Okay Okay Wie ist deine Luft, ob es ist mehr wert? Oh Oh, 15, ja Kann man ganz gut mitleben Kommen sogar noch mehr Ich hoffe, dass die Die Vögel sind, glaube ich, nur auf meiner Seite, oder? Bei dir ist kein so ein Seiteneingang oben Nicht, dass ich mir aufgefallen wäre Ja, das ist schon mal Bislang noch keinen umgebracht, sagen muss man so Ich mache hier gerade Quadra-Kill after Quadra-Kill Das ist schon sehr nützlich Naja, schön viel Geld Dafür habe ich Eis dabei gewischt Ich gehe mich mal heilen Ich habe jetzt 5.000 Ich werde jetzt also irgendwie irgendwas bauen, denke ich Und du kannst bei mir theoretisch auch ein paar Wache Kranen bauen, wenn du Lust hast Bist du Ah, der Seite Das hat Spaß gemacht Lass mich bitten Ja 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 Ich gehe hier jetzt deiner Seite raus Ah, jetzt habe ich eigentlich 2 gepanzerte Urga hier Du Scheiße Brauchst du Hilfe? Brauchst du mehr Zermalme? Äh, sagen wir es mal so Es wäre gut, wenn du ein bisschen Geld für die Seite hier dann aufwendest Okay Ich bin am überlegen, ob ich die Bogenschütze nicht hier schon setze Und dann einfach versuche, dass die halt nicht weiterkommen, sonst würden sie dir Ja, normalerweise sollten die nicht viel weiter als die Killbox kommen Was ist der Plan? Ja, sie bisher klappt der Plan als auch nicht, aber Er ist irgendwo ein Wiederbelebungsarsch drin Ich kriege ihn nicht, weil das andere Orks davor sind Ah, es sind zwei sogar Orks gehen rein, Fleisch kommt raus Lass sie nur kommen Hast du noch mehr Feuer, oder reicht das? Äh, das passt so Danke Wir grüßen uns dann mal immer Okay Wenn ich so weiter mache, gehen ihn bald die Orks aus Aber dieser Himmel ist echt gefährlich Äh, ich mache ihm mehr Geld wert Was war das für ein krasses Geräusch? Ist irgendwas passiert? Fast Okay, also ich glaube auf meiner Seite ist das jetzt erstmal genug Mehr, mehr Mehr Sollte erstmal kein Problem sein Ach man, jetzt haben wir ihn verbaut Verneigt euch von mir Ich komme doch mal zu dir rüber Mehr gibt es nicht Wenn ich die richtige Richtung finde Okay, war falsch Ich bin grün, du bist orange Okay Brauchst du irgendwas? Oder läuft das so? Ich glaube schon, das läuft So viele schöne Tode hintereinander Oh, Knolljäger Knollgrenadiere Ich komme auch bei dir Ein Bogenschütze ist gefallen Ja Sehr schade Das sind natürlich Killer der Bogenschützen Ja Das ist also nicht so Nützlich gewesen, wie ich jetzt erhofft hatte Aber was solls Himmel leuchtet Du lebst echt gefährlich Du lebst echt gefährlich Was hast du gemacht? Mehr Schwefel? Ah ja Gegner mehr Geld wert Okay, sehr gut Okay, sehr gut Werde ich's bevorzugt jetzt, Killer Ja, willst du sonst ja nicht machen Ja, sonst würde ich ja extra Warten, bis es wieder aktiv ist Ja, wir haben keine Zeit zum Baden Ich hatte gerade ein Feuerflug-Fledermaus-Ding Und weißt du, was der gemacht hat? Ich glaub's ja selbst kaum Aber das Ding hat sich bewegt, nachdem es von Eis umhüllt war Ist ja immer noch weiter geflogen, nicht umgekippt Das war sehr elit Stell ich mir breckel-komisch vor Jep, das ist irgendwie auch komisch Au Nein, warum? Hä? WTF, wie kann der Ogre denn so schnell hierher? Hat der auf einmal Speed angeschalten, oder was? Seht jetzt so aus? Also ich sagte ja, die können auf einen zulaufen Aber ich glaub, das siehst du irgendwie immer nie, weil es bei dir so leck Aber ich muss gestehen, ich hab jetzt auch nur noch unter 70 FPS So, wie es hier gerade abgeht, alle in Feuerpfeilen Okay, letzter gegen das Typ Okay Wir haben 10 Minuten gereached Elf meinst du, aber gut, fast das gleiche Hä? Nein, der steht auf 10, 20 Bei mir steht 11, 13, aber gut Hä? Warum ist das so ein Timer unterschiedlich? Weil deiner falsch ist Das war auch mit dem nicht meine Frage Ich hab auch vor da, auf Schweden das Geld Ja, auf Schweden das Geld Ich hab auch keine Ahnung Spielaktive da Perfekt Ah ja, das mit der Himmelabwehr ist kein Problem Ich hab die Map schon so oft gemacht Das wiederum klingt problematisch bei dir Ah lol Ich hab bald fast 8000 und ich hab hier nix mehr zum bauen so wirklich Ich kann also gerne mein Geld bei dir benutzen Ich hab echt schon 8000 krass, ich hab jetzt irgendwie überhaupt nichts gebaut die letzte Zeit Was mach ich denn damit? Pfff, weil du grad transformierst bei mir die ganze Vorderwand füllen Oder ich reiße die Dinger hier ab und die zum einmal gehen weiter nach vorne So viele Tote auf einem Haus Jetzt hältst du Zeit dafür So viele auf einmal Okay, wo soll ich was bauen? Ja Ja, okay, das war nicht mit meinem Plan, aber gut Ist egal Ja Jetzt ist nun wieder Abstand hier Vollkommen egal, Dennis Wir haben so gut wie gewonnen Da ist irgendein Abstand unwichtig So, wie viele waren das jetzt? Bei dir ist gerade im nächsten Fall Chillig? Nicht mehr Ist alles schon gestorben So, ich hab jetzt alles ausgegeben, schon krass So ist es im real life auch Denkt man am hart viel Geld und auf einmal ist alles schon wieder weg Ich hab hier zwei gepanzerte Ogre, ich versuch die so schnell wie möglich zu headshot Oh, da kommt noch ein dritter Logisch Also bei mir kommt eine ganze Reihe Feuer Ogre Das ist leichter, oder? Ja gut, die kannst du halt nicht abfangen So, die Sachen sind mehr Geld wert Aber bei mir kommt jetzt auch Feuer Ogre Ja, die droppen jetzt mehrere Müsse Ne, glaub ich nicht, aber Haha, das ist ja irgendwie witzig Auf jeden Fall waren da sehr viele Ok, ich glaub bei mir ist nix mehr Ich geh jetzt zu dir Äh, hat sich wohl erledigt Er wurde zusammenhalmt 14 Minuten 2 Das war noch schnell genug Bei der Map hat man bestimmt viel Zeit 18 Minuten hat man Zeit Gut Die Musiker kenn ich nicht, welches Spiel soll das sein? Hä, da, das ist die Musik, die ja immer läuft, wenn wir gewonnen haben Oh, Dennis schau mal, das ist die Map, die wir auch noch im Endlos-Modus machen müssen Müssen wir? Ja, müssen wir. Haben wir doch gestern erst nachgeguckt. Das ist ja witzig. Ja gut. Spannend. Ja, da sind solche. Okay. Was baut man hier am besten? Na, ich weiß nicht. Irgendwas chilliges. Weiß nicht. Hier sind die Mittelschleudern sinnvoll. Ich hätte ehrlich gesagt genau das gleiche mitgenommen, was ich gerade schon dabei habe. Und nein, ich halte in die Mittelschleudern nicht für sinnvoll. Hm. Klüboxen hier zu bauen ist halt ein bisschen teuer wegen den doofen Treppen. Also ich hätte jetzt Pfeilwände an die Decke gesetzt. Pfeilwände? Keine solche. Ja, vielleicht abwechselnd. Das ist halt geldtechnisch leichter. Aus dem haben die einen Slow. Meine haben es dann. Ja gut. Slow, was ist dann? Wer gewinnt? Du musst halt überlegen, wie viel Geld wir brauchen. Also auf jeden Fall brauchen wir Schwefel für hier unten. So viel ist sicher. Okay, Schwefel habe ich dabei. Zum einen habe ich dabei. Und Elektroboot. Ja gut. Ja, eigentlich haben wir doch alles, dann sollte doch damit funktionieren. Na gut. Dann würde ich aber sagen, die mehr kommen im nächsten Prat. Wir werden nicht vergessen, natürlich. Tschüss. Und da werden die Tür, die wir haben uns auf die Tür. Und da werden die Tür. Wir werden.